Wie geht es weiter mit Rentenbescheid24 im Jahr 2020? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, ich weiß, es ist vielleicht ein wenig verspätet, aber lieber später als nie. Wir bedanken uns für die vielen Grüße und Glückwünsche für das Jahr 2020. Dankeschön. Wir wünschen Ihnen natürlich auch alles Gute für das Jahr 2020. Und Rentenbescheid24 wird im Jahr 2020 natürlich weitermachen wie bisher. Wir werden viele neue Beiträge schreiben. Zwei große neue Ratgeber sollen kommen zum Thema der Rentenplanung, früher in Rente gehen und zur Einkommensanrechnung an die Rente. Wir werden neue und spannende Videos drehen zum Thema Rente. Wir werden dabei auch, dass es auch neue interessante Gesprächspartner haben. Das Thema Grundrente wird uns sehr beschäftigen. Wir stehen hier mit unserem Ratgeber und mit unserem Grundrentenseminar in den Startlöchern. Wir warten einfach auf den Gesetzesentwurf. Wir werden wieder viele neue Kunden beraten und betreuen. Das Jahr 2020 hat an dem Punkt hier schon sehr, sehr gut angefangen. Wir haben extrem viele Telefonate und so weiter. Wir werden Seminare und Coachings zum Thema Rente anbieten. Und uns wird auch weiterhin das Thema Wechsel aus der privaten Krankenkasse zur gesetzlichen Krankenversicherung nicht loswerden oder loslassen. Wir werden uns intensiv weiterbilden und auch aller Voraussicht nach personell verstärken. Das sind die wesentlichsten beruflichen Ziele für das Jahr 2020, was Rentenbescheid 24 anbetrifft. Natürlich haben wir auch alle private Wünsche. Wir wollen natürlich auch gesund bleiben. Und das ist wohl somit das Wichtigste. Daher sagen wir für 2020 Daumen nach oben und alles klar für Ihre Rente. Wir wünschen Ihnen ein rentenstarkes Jahr 2020.